Sie kriegt, ähm... Ne, das ist ja alles. Äh... Sie bekommt... Tobradex. Oh, äh... Aber, äh, von der Seite ist das. Äh... Was hat immer hier steht? Offen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen-Pen. Und sie läuft morgen, nicht so wahrscheinlich. Er heißt das, drei Viertel alle zwölf Stunden, oder was soll das heißen? Ja. Eine drei Viertel Tablette, oder was? Ja. Also keine ganze? Ne. Und was ist die... Warte mal, im... Zwölf Stunden, ne? Zwölf Stunden? Ja, ja, das sieht aus wie ne neunzehn.